Willkommen auf meinem Kanal Macho Maroc. Hier dreht sich alles rund um Gaming. Mein Ziel ist es, euch Gaming auf einer tiefgründigeren Ebene näher zu bringen und manche Games mit einem etwas kritischerem Auge betrachten zu können, bevor ihr das ist Game of the Year schreit. Zum Beispiel befassen wir uns hier mit bestimmten Mechaniken von Videospielen, wie sie Game Design technisch implementiert werden und für die Konsumenten für ein smoothes Spielerlebnis sorgen. Ebenso gehen wir darauf ein, wie bestimmte Franchises mit der Zeit ausgestorben sind und oder sie eine 180 Grad Wendung im Gefühl, was sie damals vermittelt haben, gemacht haben. Ich streame auch auf Twitch, wo wir die unterschiedlichsten Dinge machen und erleben und uns primär aber mit den Spielen, über die ich rede, beschäftigen. Ihr könnt mich montags bis donnerstags ab 18 Uhr und samstags bis sonntags 21 Uhr live dort antreffen. Streamende ist immer offen. Im Schnitt streame ich so 6 Stunden. Gaming News und Meme Content zu Animes gibt es auch in kurz und knackig täglich auf TikTok. Es ist für jeden Nerd etwas dabei. Danke an jeden, der mich auf egal welcher Plattform verfolgt. Alle Links sind in der Videobeschreibung. Ich küsse eure Herzen und viel Spaß mit der kleinen Montage von Twitch Clips. Zusammen darin sein. Zusammen darin sein. Ich hab besser krank gehabt. Es befindet sich bei der Facebook in meiner Luna. Hier ein Stück in meiner Lunge. Spitz! Sie ist aufgekommen! Ich kann nicht zielen, Bro! Ihr habt mich nicht vergessen! Böwe, ich schwöre, du bist schlechter als das, schlechter, du bist schlechter, guck mal wie du auch bist, es hättest du uns gepflegt mit mir und dich gehalten, dann wär das dir passiert irgendwie. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, Bruder, jetzt? Ich komm mir in die Show auch helfen, nein. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, Bruder, jetzt? Ich komm mir in die Show.